Moin! Ich war am Wochenende mit Freunden in Amsterdam und gestern waren wir im Anne-Frank-Haus. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist schon ganz schön eindrücklich. Die Geschichte von Anne-Frank kennt ihr bestimmt, ein junges Mädchen, das in Amsterdam mit ihrer Familie versteckt wurde vor den Nazis im Zweiten Weltkrieg, das dann kurz vor Kriegsende aber doch verraten wurde und umgekommen ist. Ich fand das schon wirklich eindrücklich zu sehen, wozu Menschen fähig sind. Im Bösen, was die Verfolgung, die Ermordung unzähliger, unschuldiger Menschen angeht, aber auch zum Guten, was den Mut angeht, den die Menschen hatten, die jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger versteckt haben, die sich gekümmert haben, die versucht haben, Nächstenliebe tatsächlich mit Leben zu erfüllen und zu leben. Es ist wirklich eindrücklich, was wir als Menschen vermögen im Bösen und im Guten. Und eines nehme ich auf jeden Fall mit, lasst uns alle gemeinsam wirklich unsere Stimme erheben, wenn Lüge Wahrheit genannt wird, wenn Menschen diskriminiert ausgegrenzt werden. Man muss sie gar nicht physisch umbringen. Wie oft morden wir mit Worten, morden wir mit Symbolen und so weiter. Lasst uns dagegen halten. Lasst uns wirklich immer wieder uns besinnen auf die Liebe, die Gott uns schenkt, auf die Liebe, die wir einander weitergeben können, auf den Mut, den es manchmal braucht, auf die Fantasie, die es manchmal braucht. Aber ich bin ganz sicher, wenn wir uns an die Liebe halten, wenn wir uns an die Wahrheit halten, wenn wir zueinander stehen und zu den Menschen, die unterdrückt werden, dann wird manches hoffentlich in diesem Land und anderswo nicht wieder passieren, sondern dann kann immer wieder Gutes entstehen. Und wenn ihr mal in Amsterdam seid, schaut vorbei. Es lohnt sich wirklich. Tschüss.